guten tag leute hier spricht jetzt euer peter ging so leute und ich würde jetzt sagen wir machen jetzt die alte tag die alte die alte taktik leute testen einfach mal die alte taktik tun wir jetzt die alte taktik tun wir jetzt ändern so würde ich sagen wir müssen was ändern die taktik müssen wir jetzt mal kurz ändern leute mal gucken ob man mit der jetzt besser ich würde aber buateng buateng neid tun so passt bitte wir müssen gucken was wir jetzt in dem nächsten spiel rauskriegen wir haben ich glaube nur ein sieg bis jetzt leute man glaube ich nur ein sieg drei spiele gespielt habe ich zwei niederlage und das ist das ist nicht gut und jetzt im eigenen im eigenen stadt in münchen gewinnen wir müssen wieder wir brauchen jetzt die drei punkte und natürlich alle packen wir haben die alte taktik genommen haben die alte taktik die alte taktik von deutschland die vom vor vom vortrehen allein sozusagen die nehmen wir jetzt gucken ob man die mit der besser es besser funktioniert leute war sonst jetzt richtig schwierig für das deutsche thema dann kümmern vor der wm schon die koffer packen leute zwar heftig aber wenn man sie nun sieht verpästern wer es verdient dann wäre es verdient weil dann wäre es wirklich verdient wenn wir es nicht schaffen sollten okay heute wenn wir heute es nicht schaffen dann alles wird so heftig leute dieser sieg muss so hermer jetzt wird es halt richtig es wird jetzt langsam ernst für das deutsche team leute wir testen jetzt die alte taktik wieder neu die dreier kette vier haben mittels sein drei im angriff und wir hoffen dass wir es irgendwie hin um w wir 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 und wir Ah, Junge, oh Mist, Mann, ach Gott, ruhig spielen, vorsichtig, 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 Richtig Ruhig spielen, oh, Mann, Nerf, ruhig bleiben, Leute, ruhig bleiben, Krass richtig flüssig. So, jetzt müssen wir irgendeine schnelle Spiele gewinnen. Ah, komm mal nicht durch, Alter. Oh, komm mal nicht durch, Leute. Langsam, abseits gut, weiter geht's, Leute, ruhig, wir brauchen diesen Sieg endlich. Oh, Mann, Werner, kommt nicht durch, Alter, Mann. Kommt einfach nicht durch. Junge, Junge, Junge. Junge, 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 Junge. Auf geht's, Deutschland. Jetzt müssen wir Gas geben. Oh, passen. Abseits. Und ich bin jetzt gerade verletzt. Oh, Knabry ist verletzt, Leute. Knabry ist verletzt, Leute. Knabry ist verletzt, Leute. Leider, Mann. Achtung, Mann. Achtung. Achtung, Mann. Achtung, 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 Vorsicht. Was? Achtung, Ein-Wir-Ko-Hein-Du-Ko-Nim-Ko-ました. Ich möchte euch kommen. Junge, ich komme einfach nicht durch an. Reus, jetzt komm, Reus, komm, Reus, komm, Reus. Oh, ein Wurf für Deutschland. Ja, für Deutschland ein Wurf, gut. Oh, ich spiele. Ah, ich komme... Nein, 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 ruhig bleiben. Los, Reus. Komm doch durch, Alter. Komm doch durch, komm doch durch. Endlich 1 zu 1, 0 für Deutschland 1 zu 1, 0 für Deutschland Wichtiges 1 zu 1 So Leute, kurz vor der 2. Hälfte, Leute, führ mal Wichtiges Ergebnis, Leute, sehr wichtiges Ergebnis Also ich bin jetzt gerade kurz vor der Pause los, Leute Wow, kurz vor der Pause Gut, wichtig Das war, eh, das war ein Bild wie, oh, Portugal 1 Okay, gut, Portugal, Türkei 1, 1 Okay, Leute, das ist jetzt spannend Habs das oder was? Oh, Verletzung, oh, Ellipse, gut, nicht gut Die erste Verletzung im Spiel, Leute Und der, oh, Knieverletzung, das sieht wie eine Knieverletzung aus, Leute So an Eine Knieverletzung, Leute Ist eine Knieverletzung Eine Knieverletzung, Leute Okay, Leute 2, 0 für Deutschland Und die, Deutschland ist doch noch, noch siegreich, Leute Oh, klar, wieder den gleichen Deutschland ist doch noch eine Sieg, eine Sieg Aber wir müssen, glaube ich, die alte Taktik nehmen, Leute Wir müssen die, die neue Taktik Funktioniert dann bei Deutschen, bei Deutschland nicht so richtig Die funktioniert nicht richtig Die neue Taktik, die mehr bei München funktioniert Funktioniert bei der Deutschen Nationalmannschaft nicht Die funktioniert nicht bei der Deutschen Nationalmannschaft nicht Ja, wir müssen in Deutschland viel umdenken, Leute Die Mosche Wir müssen Innovation Wir müssen in Deutschland Ruhig spiele. Aber die Deutschen bleiben an Portugal dran. Die Borokka führt nur mit einem Punkt, wenn man gewinnt, wenn Borokka nicht gewinnt. Ruhig spiele. Ruhig spiele. Ruhig spiele. Wechsel für Bayern München. Für Deutschland natürlich, sorry Deutschland. Aber es sieht besser heute aus für Deutschland als gegen Portugal. Ruhig spiele. 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 Wo ich spiele, Bayern, Deutschland, Wunderbahn, Sanne aus, Reuskund, 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 nein. Die Es sieht gut aus für Deutschland. Wir bleiben an Portugal dran. Portugal gewinnt wahrscheinlich oder zumindest einen Unterschied. Es heißt, Portugal bleibt einen Punkt voraus. Zumindest holen wir uns einen Sieg von zwei Spielen. Das ist zumindest noch wichtig. Schön weiterspiele, ruhig spiele bei Deutschland. Deutschland holt sich den nächsten Sieg in den Köln. Und bleibt weiter an, auch wenn es die Saison eigentlich nicht so gut ist. Kämpfe um die Meisterschaft, um den Titel, um die Qualifikation für die WL. Um die WM zu gewinnen und dabei zu sein. Gleiches abgefiff und das Spiel ist rum und deutsch und holt sich den. Die drei Punkte, die wichtigen drei Punkte für die WM Qualifikation. Die drei Punkte bereut schon gewinnt. Drei zu ein gegen Slowenien und bleibt weiter. Ja! Was hatten die für Schuhe gerade an? Und was hat... Hä? Hat die jetzt andere Schuhe oder was? Das müssen wir später mal gucken, Leute. Hat die andere Schuhe an oder was? Komischerweise fällt sein. Oh, boah, du holst nur einen Punkt. Okay, gut. So, dann schauen wir mal, was wir jetzt machen. Okay. Simulieren wir natürlich. Sieben Monate. Und jetzt müssen wir noch bis zum nächsten Spiel simulieren. Okay. Jetzt müssen wir den Profi befördern. Dann, okay, er will schon den Profis. Okay. Dann tun wir ihn auf die Leihliste setzen. Dann soll er halt mal zeigen, was er kann, Leute. Aber, Leute, ich würde sagen, wir machen für heute nach dem Spiel. Wir simulieren noch die Spiele noch, Leute, würde ich sagen. Wir simulieren noch ein bisschen, Leute. Leihoption. Äh, stell die Bielen. Nur mit Laie und zwei Jahre. So, mal gucken, ob sie ihn für so lange wollen. Okay. Zwei. Kaufoptionen wollen wir natürlich überhaupt nicht. Du musst halt dich jetzt anstrengen. Das 54 ist halt nicht so stark, Leute. Das ist halt das Problem. So, wer ist jetzt auskuriert? Okay. Er ist nur okay. Aber, Leute, ich würde sagen, er bleibt, er wird vielleicht gegen Leverkusen nicht spielen. Aber ich würde sagen, somit sagt sie heute, euer Peter Gaming. Tschüss. Bis dann. Und Petri. Bis dann.